hallo und herzlich willkommen in der steinchenwerkstatt ich bin der falco und heute geht es um mein neuestes lieblings hassobjekt von happy build they cool shine you egal bumpe wie sie heißen auf jeden fall geht es heute um die jc 22013 mit 200 2651 steinchen plus ich habe das ganze in der motorisierten version und verkaufe das unter s truck maßstab 1 zu 17 ihr seht jetzt schon die problematiken mit den aufklebern dazu kommen aber später noch und auch der ganze hass den ich dann raus streuen kann gegenüber dem ganzen video starten wir ganz entspannt mit katzen content und hier dem unboxing beziehungsweise antötigen ist es ja meistenteils dieses mal wirklich alles in einer kiste drin ihr seht jetzt die power functions kam separat dieses mal und ich war in dem moment wo es kam war ich wirklich nur hell of a geistert hat mich gefreut mir ja geil endlich hier mal lkw klemmen dass so eine kombination zwischen steine und technik das sah schon auf den ersten blick echt cool aus und habe ja auch erst mal nichts dabei gedacht die aufkleber dachte ich mag gut kannst du nachher mal probieren wenn du sie dann gescheit drauf kriegst nimmst du eine extra eine pinzette dazu dass es auch passt jetzt einmal hier die elektronik einmal auspacken einmal sichten wir haben zwei xl motoren einen servomotor dabei die akkubox plus kabel zum laden und dem empfänger der fernbedienung ich habe übrigens die fernbedienung vom metrischer genommen so jetzt hier die ganze bescherung auf dem tisch alle tüten schön durchnummeriert sogar mit free gift zwischendrin noch dabei das hatte ich gar nicht gesehen gehabt dass das noch dabei ist dieses goldene männchen danke an joy denkt dran wenn er bestellt steinchen merkstatt immer als rabattcode eingeben das gibt dann immer ein wenig rabatt und drückt die rechnung nach unten überhaupt schon eins einmal die tüten beziehungsweise den inhalt der tüten zu sehen war doch okay wobei ich sagen musste im bauabschnitt 1 gab es gibt es einen fehler und es gibt eine separate tüte dabei wo ihr die ja das ist einmal der blind motor den da noch sieht jetzt hier hinten sieht man hat man gesehen da hinten genau da zeige ich jetzt drauf da ist eine achse drin da ist eine neue achse auch gekennzeichnet aber es kommt eigentlich die achte achse rein ja beiliegend ist zum beispiel eine achte achse ihr habt keine neuner achse in der tüte sondern die ist eine separaten tüte drin wenn er die achte rein macht ist auch vollkommen in ordnung ja ihr habt dann trotzdem links und rechts eine halbe noppe platz das waren die tüten von die nummer zwei und ja da hat man den die anderen zwei blind motoren gebaut wie man da sieht ich muss ein bisschen ungleich gebaut deswegen sind so ein bisschen komisch aus nicht wundern das ist ja auch egal die kommen dann hinten ins regal und das reicht doch ja wir haben jetzt hinten schon mal den sattel gebaut wo dann eigentlich der aufflieger draufkommt wir können damit eigentlich auch ein aufflieger ziehen würde ich sogar eher empfehlen das werden wir am ende dann in den fahrvideos sehen ja das ist halt quasi die seele von dem lkw also die baut da unten quasi alles nur mit technik schon ein zwei steinaufsätze dran womit dann hinterher alles andere befestigt wird ihr habt auch jetzt oben drauf gesehen da gab es noch einen zweiten xl motor sind zwei xl motoren die den antrieb leisten da eine sitzt unten direkt drinnen und der andere der wird von oben zugeführt ja einmal die heck ansicht gebaut jetzt hier die seitenschalen ich meine das war der moment der mich dann wirklich zur verzweiflung gebracht hat wenn ich das jetzt richtig in erinnerung habe weil das was ich da in den schalen drin habe dann hat er nicht mehr zu dem bauchschritt geposte das heißt warte mal ich muss mal überlegen warte mal oder war es jetzt der hier auf jeden fall doch da war es noch dazu gepasst da war noch alles in ordnung aber so bin ich an den bauschritt fünf kam hat das der inhalt von den tüten nicht mehr gepasst das war einfach nicht passend ich habe den ersten zwei schritte versucht zu klemmen es hat nicht funktioniert überhaupt nicht und ich dachte mir was haben die denn hier gemacht ja genau das ist nicht schon dass ich mir was haben die denn hier gemacht das passt ja überhaupt nicht ist ja vielleicht eine tüte vergessen worden oder so und dann habe ich es gemerkt nein die haben gar keine tüte vergessen ich habe zwei stunden hier herum gedoktert und habe überlegt was es sein könnte und kam dann nummer so ausgegack auf die dumme idee da kommen klären einfach weiter fängst machst du bei der sechs weiter schütte die tüten fünf weg auch bei der sechs weiter ja auf einmal ging es ja tolle wunder herzlichen glückwunsch hast du nicht gesehen also die reserve tüte braucht ihr auch also ihr habt immer wieder irgendwo das dass ihr euch dumm und dusselig sucht nach einem stein und den findet ihr nicht diesen stein findet ihr dann immer in der reserve tüte immer scheinbar ist der einfach wohl in der produktion vergessen worden und ist dann noch hinterher einfach ja gut ding will weile haben packen wir es einfach mal da rein ich meine von der optik und gestaltung her ist das ding schön es sieht aus wie ein darf track muss ich ganz ehrlich sagen ich finde die schnauze hat eher was von darf als von anderen herstellern ja wenn man den hinten anpackt da gehen halt öfters diese leisten ab das werde ich auch noch ein paar mal sehen dass ich die andrücke aber so vom grundprinzip her ist es echt traurig gewesen mit den tüten ich meine es ist ein hübsches modell gerade wenn man es von vorne sieht von vorne ist es echt top solange man die aufkleber weglässt ist wunderschön kann ich mich auch nicht beschweren aber wenn man wenn man den fahnen sieht man sieht dann von hinten dann sieht man dass irgendwas mit der proportion überhaupt nicht stimmt so ganz und gar nicht stimmt weil als 1 17 modell die aufkleber vielleicht ja aber nicht die karosserie naja das ist der letzte baumschnitt den ich euch gezeigt habe ich habe jetzt hier noch ein paar videos also ein zwei videos für euch und zwar einmal hier klassisch seht ihr ihn fahren und ja wir werken gleich ein problem ganz normal fahren einmal lenkeinschlag ich fahr jetzt ich habe ich bin ich wohne nicht auf dem berg oder so und da ist halt ende da drehen sich nur noch die räder durch aber packe ich hinten ein kilo zuckern drauf wäre das ding einwandfrei von daher ja was man halt auch so schön sehen kann ist halt die aufkleber passen halt null dazu also die aufkleber sind viel zu klein für die karosserie also ich weiß nicht was sie sich dabei gedacht haben aber irgendwie wird sich da einer gedacht haben oh ja toll schön herzlichen gewünsch hatte toll gemacht ja scheiß dreck ist das meine güte dass ihr das guckt euch den mist an wie die blöden aufkleber da kleben und hurra jetzt am ende platzen mir dann auch noch hier die schneller weg die über den reifen sind also leute ich weiß nicht wie man sowas machen kann guckt euch die bilder wirklich genau an ich meine auf der einen seite ist ein schönes modell ja das muss ich sagen das muss ich auch lassen ja wirklich von vorne her und sowas pipapo aber der weg dahin das bauen leute wie kann ich denn sowas produzieren und herstellen und auf markt schmeißen wirklich da kriegt mir das weg laufen also ich habe ja schon viel mist geklemmt aber das ding das hat es jetzt echt rausgerissen und der einzige vorteil wirklich der einzige vorteil warum das ding nicht voll in die wand gekarren ist bei mir das liegt auch nur daran dass ich mir gedacht habe beißte der lgb an sich sieht echt schön aus aber der weg dahin meiner fresse also muss das sein nein es muss nicht sein ich hätte es wirklich am liebsten zwischendurch voller die wand gekarren weil es mich einfach tierisch aufgeregt hat diesen mist dazu haben und deswegen bin ich dann noch freiwillig erst mal nachdem ich dem ich jetzt mit den mit den verdrehten tüten da gerafft habe bin ich der dann auch erst mal hier komplett aus der situation rausgegangen habe andere sachen geklemmt ich habe hier diese 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 quadräder oder wie die auch schimpfen diese geometrischen formen da geklemmt die habe ich ja auch schon seit einer zeit lang auf dem tisch liegen und habe den kindern im garten beim spielen zugeschaut weil das hätte tode gegeben hätte ich da in dem moment weiter geklemmt deswegen ist tut mir auch herzlich leid dass das video jetzt wirklich später gekommen ist als es ursprünglich geplant ist aber das konnte ich leider nicht verhindern gut bevor mich jetzt hier meine süße hexe gleich auffuttert werde ich mal sagen wünsche ich euch ein schönes klemmen da draußen wir sehen uns beim nächsten mal wieder und hoffentlich nicht wieder mit so einem hass modell